Mit einer unerwarteten Wendung der Ereignisse tauchte Prinz Harry zusammen mit Meghan Markle, die im Jahr 2020 einen 80-Millionen-Pfund-Vertrag bei Netflix unterschrieben hatte, plötzlich auf einem konkurrierenden Streaming-Dienst auf. Die Nachricht überraschte Netflix und löste Diskussionen in der Daily Mail Talkshow, Palace Confidential, aus. Moderator Joe Alvin sagte, dass dieses Ereignis für Netflix eine völlige Überraschung war und sagte, es gab ein Ereignis, das Netflix wirklich überrascht hat. Rebecca English, die königliche Redakteurin der Daily Mail, bestätigte den Vorfall und sagte, dass er während des Aufenthalts von Harry und Meghan in Whistler, Kanada, aufgetreten sei. Während des Interviews mit Good Morning America, das als 20-minütiges Programm ausgestrahlt wurde, war die Anwesenheit von Prinz Harry minimal, und ein Großteil des aufgenommenen Materials konzentrierte sich auf seine Teilnahme an Invictus. Der Dokumentarfilm war jedoch voller Kommentare verschiedener Leute, die eine ziemlich negative Sicht auf die königliche Familie und die britischen Medien darstellten. Zur Überraschung von Netflix fand sich dieses Programm auf der konkurrierenden Streaming-Plattform Hulu wieder. Berichten zufolge sprach der Reporter mit Netflix-Mitarbeitern, die sagten, dass sie nichts über Prinz Harrys Auftritt auf der konkurrierenden Plattform wussten und von der Nachricht überwältigt waren. Obwohl der Vorfall nicht unbedingt zu Vertragsschwierigkeiten führen kann, wirft er Fragen über Transparenz und öffentliche Wahrnehmung auf. Rebecca Englisch äußerte ihre Gedanken und sagte, ich bin mir nicht sicher, ob es ihm Schwierigkeiten mit dem Vertrag bereiten wird, aber es sieht nicht gut aus. Der im Jahr 2020 unterzeichnete Vertrag von Prinz Harry und Meghan Markle mit Netflix kostet Berichten zufolge 80 Millionen Pfund und ist für fünf Jahre ausgelegt. Im Rahmen dieser Vereinbarung hat das Paar bereits seine eigene Dokumentarserie Harry und Meghan auf einer Streaming-Plattform gestartet. Außerdem kündigten sie zwei weitere Projekte an, Das Herz des Widerspenstigen, das sich den Spielen von Prinz Harrys widerspenstig widmet, und Leben umzuführen, eine Serie über inspirierende Weltführer. Der Deal unterstreicht ihr Engagement für die Produktion von Dokumentarfilmen, Dokumentarfilmen, Spielfilmen, Drehbuchshows und Kinderprogrammen. Darüber hinaus gab es Spekulationen über eine mögliche Veröffentlichung von Meghan Markles offenen Memoiren nach dem Erfolg von Prinz Harrys Buch, Reserve, das am 10. Januar 2023 veröffentlicht wurde.